Ladies and Gentlemen, Willkommen zu einem neuen Projekt und zwar spielen wir heute... Ja, was spielen wir heute? Ja! Genau, wir spielen heute Sigurins Motz-Salsa! 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 Ich glaub, sie haben's langsam verstanden. Erst auf, man geht erst Niveau flöten. Jo! Der Doshi ist auch dazu gestoßen. Jeder, der ihn natürlich schon aus den anderen Projekten kennt, kann ihn besuchen. Ihr müsst auch unbedingt vorbeischauen, weil unser Doshi nutzt nämlich ein anderes Texture Pack. Ja, und zwar nutze ich das John Smith Texture Pack. Und welches benutzt du? Ich, das Fade-Fu... Das Fade-Fu... Harmonize-Einrast-Funktion aktivieren. Ich hab' nicht Zua-Tags. Das ist der Ratio auf dem Schiff gedrückt. Nein! Windows for the... Baby! Oh, irgendwo der Watch. So, ja, die Schuhe nutzt Zua-Tags, aber die macht ja keine Aufnahmen. Gott, ist nicht schlecht. Was ist denn Zua-Tags hübsch? Ich kann hier keine Fackel setzen. What the fuck? Was? Komm! Seit wann kann man auf laufende Fackel setzen? Weiß ich nicht. Ich dachte, ich probier's mal aus. So, ähm, ja, ich dachte, ich geh' mal zum Doshi, zum Spawn. Ähm, da ist der Spawn-Array wie Schuh, das ganze 1056 Meter entfernt. Der Ester, Böbi und Sesh, die sind auch mit MTS, außer Böbi natürlich. Hallo? So. Ähm. 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 Es sind 1600 Meter entfernt und mein Haus ist auch 1600 Meter. Das heißt, ich bin von den ganzen verrückten Österreichern da hinten weit entfernt. So. Bosh, wo wolltest du denn hingehen? Ähm, ich fahr' mal so gucken, da so schön den Westen, was da konnten. Let us go. Jo. So. Djong, 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 djong. Jetzt soll mir jetzt als andere mal einer sagen, der Mann hat es nicht einen an der Waffel. Das hat noch nie jemand gesagt. Achso, für die Info nochmal. Ich habe ja schon zwei Videos, ne drei Videos insgesamt, das ist eine bei einer Doppelfolge, rausgehauen. Jetzt nochmal zur Info, ich werde an den Rezepten hier nichts verändern. Ich lasse es mal Standard, so wie die Mutmacher sich das vorgestellt haben. Ihr könnt natürlich auch mal mir Kommentare dazu ablassen, ab irgendein ablassen. Ja genau, das ist mein ab. Oh mein Gott, das fängt an. Was ihr davon haltet, genauso wie ihr vom Texture Pack, du bist gerade durch eine giftige Blume gelaufen. Ja, ich auch, super. Aber nice. Die siehst du in dem Texture Pack jetzt gar nicht. In meinem schon. Ne, 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 ne. Nochmal zur Info, eine kleine Abstimmung, entweder bei mir unter den Videos oder bei Deutschland in den Videos. Könnt ihr mal sagen, von wegen welches Texture Pack ihr besser findet. Ob wir Standen-Texturen mit einer hübscheren Aufhübschung, eine hübschere Aufhübschung. Was ist das bitteschön für ein Deutsch heute schon wieder? Oder ihr schreibt einfach Soatex. Genau. Ne, Soatex nicht. Also, es gibt alles, aber nicht Soatex. Also, ich würde sogar Misa nehmen wollen, dann in dem Moment. Ganz ehrlich zu sein. So. Alter, wie sieht dat denn da hinten aus? Sieht geil aus, oder? Das sieht hammergeil aus. Sieht hammergeil aus, ne? Echt ein fettes Korallenriff. Richtig hammergeil. Hammergeil, willst du? Genau, du ziehst in ein Korallenriff. Also, ich muss mal ganz auf der Map schauen. Äh, hier ist Ozean. Ja, das hab ich doch schon gemerkt. Wollen wir so in Richtung meiner Hütte hochlatschen und an der Küste entlang? Können wir machen. Zeig mir deine Budi. Ne, deine Budi, meine Budi zeig ich dir noch nicht. Och, Manu, aber deine Bubi. Deine Bude ist eine der Klaute-Bude. Ähm, genau. Ich hab da die Dorfbewohner vergrault. Ich hab die eingesperrt in eine Hütte. Ach stimmt, du hast ja ein paar Sklaven. Hm. Man sieht irgendwie, der Regionalator hat hier irgendwie was abgeschnitten. Wie kommst du da rauf? Das sieht doch normal so aus. Ja? Also, der hat erstmal wieder so eine random, voll, keine Ahnung, wir machen Schwachsinn-Folge. Also, alle, die jetzt erwarten, dass wir jetzt groß was zeigen, äh, der war gut. Der war verdammt gut. Ey, ich hab grad eine geile Banane in der Hand gehabt, du, Alter. Was ist das denn da oben? Davon möchte keiner was wissen. Du musst nicht abbauen? Ne, hab ich schon geguckt. Ach, scheiße, ey. Geh mal raus im Weg, Alter. Bek da. Woher zie ich eigentlich hin? Doin, doin, doin. Gleich wird's nacht, dann wird's interessant. Juhu, ich freu mich schon tierisch. Ähm, wir haben hier den Morpheus-Mod, das heißt, die Hälfte muss ungefähr, die Hälfte muss abgehen. Komm hier nicht hoch, Alter. Ja, ich geh einfach hier weiter. Hoch. Das ist cool. Ich hab mich einfach hoch hier. Ne, ich geh nach unten rum, kann ich mich nochmal zu fressen schnappern. Echt? Hm. Ich hab ein paar Äpfel dabei. Ja, ich hab jetzt Pilze, Beeren, Esther und, 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 äh, Setschrift auch. Mystical, Greenflower, Lightroom, ey, ich hab mich nicht einfach mit. Scheiße, ich bin irgendwie falsch gelaufen. Ja. Ey, lass mich mal hoch hier. Wo bist du? Ich bin hier unten. Da ist hier unten. Ähm, hier ist es. Oh, hier ist ein Haus. Hier ist ein Haus? Ey, das ist eine Hexe. Ne. Ach, da hinten bist du. Guck mal, ich höp hier oben noch auf hier, oah. Ich höp hier oben noch auf den Bäumen rum. Hier hinten. Uhu. Ich seh nix. Hier hinten. Südlich, genau südlich. Guck mal auf die Minimap. Ach, da. Juhu. 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 Das schaffe ich noch. Ah, perfekt. Es ist ja dunkel. Was ist das? Ach so, das ist dieser. Ja, Koppel. Keine Ahnung. Hier hat irgendwie so ein Kobold gewohnt. Hm, der ist auch hier immer noch. Was? Der ist hier. Wo ist der? Moment, ich will den mal begrüßen. Hab auch Schild und Schwert in der Hand. Weil ich bin ja freundlich. Hm. Wo ist denn jetzt schon wieder Dosh? Wieso gucke ich eigentlich nicht auf die Minimap? Ey, yo. Lass mal weitergehen. Ja, Staffel, geht nicht um den Punkt zu setzen, ne? Ähm, Leute. Wie meinst du mal mit schlafen gehen? Wir haben keine Möglichkeit, der Dosh und ich. Da haben wir gerade einen neuen Schlafsack. Das heißt, wir drei müssen schlafen gehen. Wir haben nur ein Pad. Na, scheiße. Da müsste sich vielleicht einer ausloggen. Ja, wir haben nämlich keine Schafe. Wir machen und ich wolle aus Cotton-Sleeve. Leider Cotton. Hier, ich mach dir mal das Aluminium ab. Kannst du da haben? Jo. Warte hier. Gracias. Bitte schön. Und ich hab einen neuen Schlafsack. Ich habe gar nicht erkannt, dass das Aluminium war. Bitte, bitte schlafen, 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 schlafen. Bitte, bitte. Ich muss hier einer ausloggen. Echt, ehrlich. Wow. Hier geht es hier runter. Vorsichtig, es geht runter. Und seit den Zombies. Schild und Schwert in der Hand genommen. Attacke. Ja. Bam, Baby. Und natürlich. Und nur noch einer. Bam, Bam. Nach zwei Strings, dann hab ich nur einen Rucksack. Oh, sorry. Ich glaub doch nicht, ihr mich reichen. Mein... Hammer nice. So, was das? Lauf dir erstmal hier. Ich hab dir nochmal ein Aluminium. Sonntag. Sonntag. Hast du dir grad irgendwie die Eier abgehauen, oder was? Was? Du hast dem grad irgendwas abgeschlagen, oder? Äh, ne Chespie. Hast du genug zu essen? Ja. Hab mir so ein paar Sachen... Hier, hier. Oder so. Und natürlich wieder 31. Ich steh da so drauf. Ja, das war jetzt klar, dass dieser Spruch kommen muss. Ja, kennst mich doch. Scheiße, technisch. Hey, Esther, geht's jetzt. Läuft bei dir. Monster Hunter. Yeah, Monster Hunter. Irgendein Zombie gekriegt wird. Hier kann ich rüber springen. Hier kann ich rüber springen. Und hab's geschafft. Oh, da war... Weißt du, was episch gekommen wär? Wenn das jetzt wirklich noch ein Schluck gewesen wär. Oh ja. Nein, es war natürlich nur zwei Blöcke tief. Wollte ich mal sagen? Die Meerpärze hier super generieren, ne? Ja, irgendwie schon. Irgendwas ist hier falsch gelaufen. Aber es ist wirklich nur hier. Scheiße. Was sind jetzt hier los? Das ist jetzt sehr doof. Ähm. Hä? Warte mal, ich hab 41 Blöcke Dirt. Hast du auch Dirt? Ich hab gar nichts. Ihr nimm mal das Holz. Bei mir hat Esther den Kopf verleucht. Hey, Dosh. Getting what? Hammer nice. Man kriegt jetzt ernsthaft dafür das Achievement. Man kriegt für alles Mögliche Ehrens. Mein Sound ist weg. Mein Sound ist weg. So muss das. Tschüss von Versager. Ja, Alter. Ob das reicht? Ich hab 42. Ich kann den aber drunter schmeißen. Ja, aber es reicht. Esther. What? Ja. Da hatte ich aber gerade den Hammer netten Leck. Ja, das ist doch auch mega Leck. Du warst bei mir gerade noch unten gewesen. Was denn ist das? Da ist eine Hose drin. Eine Dose? Eine Hose. Alter. Frame ein Wurzel. Gravel. Ich finde es ja immer noch geil von diesen Gravel Ores, wenn das da runterreicht, weil der Block zu einem Schneegrasblock wird. So. Äh, wollen wir hier weitergehen? Och, weiter hinten. Oh, das ist glaube ich eine Taint World, oder? Warte getrappt. Oder sind es einfach nur niedrige Bäume? Ich glaube, das sind nur niedrige Bäume von beim Supplement. Wat zum Himmel ist das? Das da? Oh ja, das sind die fetten Reptinen. Lassen wir die angreifen. Obwohl, lieber nicht. Da bin ich gestern mit Leon so 5000 Mal gestorben. Das meinte ich zum Thema Echsen. Genau. Das sind diese riesen Echsen. Das sind schon so. Möchtest du rechts eher so richtig? Nee, komm, wir gehen einfach mal. Wir gehen jetzt richtig stumpf Richtung Westen. In den Osten wollen wir nicht. Da möchte keiner hin. Ich möchte die Ossis natürlich jetzt nicht beleidigen. Zu spät. Guck mal, ey. Da ist das. Da ist das. Arschloch der Welt. Das sieht doch von hier aus. Oh ja. Oder Plumpsklo Gottes. Oh, oh, oh. Dramat aus, du raten, was du deine Lieblingswerbung im Lernsehen hast. Oh, laufen, laufen. Ah ja, genau. Kennst du die Werbung vom Lägen? Wo sind wir? Am Arsch der Welt. Und was wollen wir hier? Möbel kaufen. Ich kann mich, wenn ich drüber nachdenke, finde ich die Werbung so genial. Oh, er kann sie 3000 Mal sehen. Er lacht sich immer noch schlapp. Geh weg. Nein, 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 nein. Ach du Kacke. Weg hier. Es greift mich an. Verschwinde. Es greift dich jetzt schon wieder an. Ja, dieses dicke Gedöns da. Ah, hier sind Jakarta. Jakarta. Die will ich haben. Nur mal so eine Jakarta-Siez. Auch, habe ich schon gekriegt. Das ist cool. Ja, das sieht schon ganz cool aus. Kann man schön Dekomit machen. So, lass mal weitergehen. Ich wollte dich gerade nicht schlagen. Ja, ja. Du doch nicht. Guck mal. Guck mal auf die Map. Ich muss mal reinzoomen. Ist das ein Haus oder so? Sieht da noch ein Haus aus? Da ist auch ein Haus. Ja, ich weiß, was du meinst. Diese Schaf mit Zylinder. Das sieht irgendwie richtig dämlich aus, wenn es gerade geschoren wurde. Könnte ja vielleicht so ein Haus von Witchery sein. Äh, nee, das ist ein Pilz. Lass uns mal weitergehen. Ja, super. Hier, Deutsch und Zigurin verwechseln erst mal ein Haus mit einem Pilz. Wir haben es echt drauf. Ja, das ist mal voll Lexiopo. Das finde ich geil. So, ich mach jetzt erst mal wieder ein auf Double Sword. Ja, und da ist wieder ein fettes Viech. Echt? Komm her. Ich greife es an. Da sind zwei. Greife es nicht an. Wo siehst du da zwei? Dahinter ist noch eins. Ah, okay. Das habe ich nicht geküsst. Also zwei. Uah, hier rechts von uns. Alter, ich schwörst du, ich will keine Sau bohnen. Nein, 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 nein. Ein Ort aufsit. Nein, 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 weg hier. Und ich habe gerade Frame-Einbrüche. Aber derbe. Ja, jetzt kommen wir, glaube ich, wieder in einem Bereich. Ja, ja. Ja, lauf, lauf, du geile Sau. Lauu. Oh, guck mal, hier ist Scheiße. Was? Das stimmt, ja. Tiere attacken. Ja, schau. Das ist, glaube ich, die Toilette von den Viechern gewesen. So, also links haben wir wieder so ein... Wo möchtest du dich überhaupt niederlassen, Alter? Ich wollte eigentlich mal so gucken. Ich bin morgen 870 Meter entfernt. Ja, ich will mal gucken, dass ich vielleicht so eine Ebene finde am Meer. Das fände ich richtig sexy. Also mit den Händen gerade, ohne Waffen, sieht das aus wie... Äh, äh, dein Texture wird ja am Gesicht gar nicht angezeigt. Echt? Leid, der warst bei mir unsichtbar. Egal. Wo ist man bei dir rein schauen? Du möchtest, äh, äh, du möchtest irgendwo, wo es geil aussieht? Ja, irgendwo, wo es geil aussieht. Hier ist so schön braun alles. Das wird ein sehr langes Letztplay. Wirklich nicht? Nee. Hast du die Minimap schon größer gemacht? Äh, wo kann man die größer machen? J. Ja. Dann oben auf Option. Dann Minimap Option. Und dann hast du oben links Shape stehen. Ah. So, ich bin ja einfach rum. Yeah. Ich hab bei mir zum Beispiel auch ausgeschaltet, dass man, äh, äh, Mops sehen kann. Ich auch irgendwann nicht ganz gerne. Ach so kacke, wie viele Echsen sind denn dann noch? Immerhin wohne ich in einem Dungeon. Warte, wo ist denn ein Dungeon? Ja, die schwarz ich in so ein Dungeon wieder gelassen. Und dann werde ich das irgendwann, wenn du auf der Karte die ganzen Monstern mitzeigen. Bitte, sag mir das. Ganz ehrlich, ich hab's auch ausgeschaltet. Das ist ein Überraschungsmoment. Ich hab nur angelassen, dass man Player sehen kann. Den Rest hab ich alles ausgeschaltet. Ja, die hab ich auch noch ein. Ja, Player find ich cool. Mystical Orange. Oh, hast Brutania-Pflanzen gefunden? Ja, ja. Die findest du ja hier alle zwei Meter. Ah, sei mal froh, dass sie runtergeschraubt hat. Bichu, wir hatten das mal, wir hatten das vorhin gestartet. Hab ich vergessen, das in der Config umzuschalten. Weil dann, ähm, ist das, äh, was du jetzt siehst, so das Zehnfahrer gespawnt hat Pflanzen. In einem Schunk. Oh, du hast da nur Blumen gesehen, Alter. Du bist verklackbar geworden. Ich hab mir jetzt so eine kleine Ebene, die besteht nur aus Blumen. Ja. Kann man eigentlich, äh, hier den Todepunkt auch wegmachen. Ja, da gehst du einfach oben rechts auf Waypoints. Da drückst du J, Waypoints, und eigentlich steht da irgendwo mit Remove. Da ist irgendwas. Oh. Da, ah ne, das ist ein Bienen-Nest. Das heißt, wenn ich das... Alter, die siehst du aber auch so gar nicht, diese ewigen, äh, Gift-Efeuer-Teile. Geil, Alter. Ich schwör's dir, ist voll geil. Blub, blub. Jetzt kann ich, warum ich guck mal mit dem mit, Latsche? Du hast gesagt, dass du mitkommst. Okay. Hab ich das gesagt? Ja, das hast du gesagt. Guck mal, ich bin alt, ich hab das schon wieder vergessen. Alter Sack. Yeah, wir sind in den Confurious Forest. Yes. Lass mal in die Richtung gehen. Aber irgendwie sieht das ja immer noch nicht so richtig sexy aus. Wieso nicht? Ich weiß nicht. Ich muss halt irgendwo sein, wo es... Wo ich muss halt einfach hinschauen und sagen, boah, ihr seid geil. Also es muss klein und dunkel sein. Danke damit. Was denn? Sagst du mir, dass ich gesagt habe, was ich wissen wollte. Willkommen zur heutigen Folge, hier ist es geil. Hier ist es geil. Oh, hier ist das alle, also richtig schmackert. Ja, es wird besser. Wie wolltest du die Frage nicht so... Wie, das wird besser. Wo bist du denn? Ach, du bist da hinten. Hey, Pussy, ich komme. Los, hier brennen mich zu sehr die Bäume. Yeah, hier gibt es einen Waldbrand. Hier ist was Kleines, hier ist ja keine Echse. Ja, die kannst du angreifen. Ja, von wegen. Ich mache so tausendmal Klick drauf und nix. Aua. Sind jetzt gekillt? Was machst du denn da? So, komm. Weiter. Komm an die Bohnen, nette hier. Boah. Ist irgendwie so ein Loch. Mh-mh. Ich schätze mal hier, Quarate Stone. Ja. Ist ja klar, Raycraft hat, ne? Ja, ja. Aber ey, von Raycraft werden jetzt auch sogenannte Bahnhüfe gespawnt in den Dörfern, ne? Ja, die habe ich schon mitbekommen. Die sehen auch recht cool aus. Ja, ich habe bei mir eins drin, ja. Das sieht voll, voll... Ja, also ich finde es besser als wie von Traincraft. Ich habe auch einen. Und für die Frage jetzt der anderen, ob Traincraft reinkommt, wenn es geupdatet wird, weiß ich noch nicht. Oh, hier ist Silverbell. Äh, nicht so mein Fall. Oh, hier ist ein Gummibomb. Den will ich aber auf jeden Fall bauen, hier. Da nehme ich auf jeden Fall ein Setzling. Habe ich einen gekriegt? Aber mir auch gerade die Nase. Nein, habe ich nicht. Hier ist mir so ein perfekten Setzling, Alter. Lass ihn doch. Oh, 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 guck mal, guck mal, guck mal, guck mal hier. Hier, das sieht doch geil aus. Oh ja, das sieht echt nicht schlecht aus. Da vorne hast du einen See und direkt da vorne ist ein Dungeon. Ah. Meine Dorfbewohner machen mir etwas Sorgen. Was sammeln sich den ganzen Tag in der Apotheke? Echt, das hast du nur für eine Picklacks. Es leeeekt. So muss das. Yes. Läuft doch. Da läuft richtig. Wo? Ach, läuft die da. Okay, warte schon. Was bist du denn? Hier ist ein Komodo. Was denn? Hier ist ein Komodo. Ein Komodo-Waran? Mhm. Komodo... Puh. Ich denke, hier war einer. Meine Tortoise habe ich gefunden. Meine Tortoise. Oh, ist die niedlich. Ist die niedlich. Was ist... Hier sind Racki. Ja, warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Weißt du, was das ist? Hm. Das ist unten im Dungeon. Ja, ich weiß. Ja? Sind das die Raketensilos? Hm. Und ich weiß doch genau. Das hatte ich einmal bei Wichu gemacht. Und das hat das scheiße geleckt. Ja, ja, aber du kannst ja klauen. Ja, ja. Wah! War ich nicht. Da warst du das. Nein. Du weißt es. Und was meinst du? Sieht das gut aus oder nicht? Nee, jetzt ist es immer noch nicht so meins. Ist er wieder erwischt. Ah, diese Pussy, Alter. Ja, sorry. Wie nenne ich eigentlich die Folge? Vollstone durch die Ebene hier, oder was? Oh, hier ist Zucker. Das ist eine Pussy. Kriegen wir auch einen Plan, oder? Das ist eine Pussy. Awesome. Wieso werde ich mit der Entscheiden treffen? Naja, es muss ja stimmen. Oh, das sieht aber geil aus. Hier, das gefällt mir. Ich sehe schon auf meinem Minimap. Ja, hier wird es echt besser. Das sieht doch... Wow. Ja. Weißt du, die blaue Lagune. Jetzt fehlt nur noch so eine Blondine, ey. Wichu komm mal rüber. Nein. Willst du nicht nackt mit der Blauen Lagune schwimmen? Nein. Alter, meine scheiß Maulspack rum. Ich will mir doch eben schnell was eingießen. So eine Fick-Schein. Piep, 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 piep. So ein piep, piep. Alles klar. Jeder hat erstmal gehört, wie ich jetzt was eingieße. Ja, kommen wir an. Unproduktiv. Weg, zurück. Weg, zurück. Boah, die Reptilien gehen wir jetzt schon auf die Eier. Ich habe gerade ein Biom gefunden. Das ist voll mit den Viechern. Ist doch gar nicht so schlimm wie die Grillen. Ganz ehrlich, da würde ich echt lieber die Grillen noch haben. Äh, schlafen? Eine Auslaugung? Äh, ist doch auslaugung, andere Schlafen, please? Ich kann gar nicht. Ich habe einen Schlafsack. Sie hatten Sack. Soll ich auch hinzuschlafen? Ich kann nur auslauggen. Mir doch egal. Mir aber nicht. Sie müssten sich auslauggen. Wo ist denn jetzt der Tosch hin? Ah, dein ist er ja. Ich habe dich gesehen. Deine Rakete. Oh, das sieht aber auch gut aus hier. Sonst bringt der Schlafen hier nichts. Das sieht aber auch nice aus, oder? Ja, ich brauche halt wirklich so eine Fläche am Meer für... Ich bin gerade ziemlich weit von meinem Bett entfernt. Esther, bist du am Bett? Jo. Äh, Daniel lockt hier aus. Äh, Marc meine ich. So, Leo. Egal. Daniel leg dich hin, bitte. Schatz entlegen. Steil. Danke. Ist schon ein Tag? Ja, ist schon ein Tag. Warum? Weißt du was? Ja. Nicht schlau. Hier bleibe ich. Ernsthaft jetzt? Ja. Schön am Meer. Hier kann man noch einiges begradigen. Und trockenlegen. Du hast immer noch kein Gesicht in der Fresse. Ohne Witz jetzt. Es tut mir doch leid. Du hast kein Gesicht. Das wird nicht geladen. Hier. Ich bin echt da der Selbe. Ja, pass für dich. Und hier. Ja, sehr schön. Moment. Und hier. Und das kannst du auch haben. Ja, ja. Stopp mich voll. Stehe ich voll drauf. Ja, das kannst du auch haben. Das hier. Das will ich auch nicht haben. Den möchte ich auch ganz gerne behalten. Ja, kann ich auch. Ich bin keine Geschenke. Das sind keine Geschenke, dann ist Abfall. Bam. Ich habe den Schädel abgehauen. Guck mal. Moment, 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 Moment. Guck doch mal. Ja, ist ja gut. Ja, ist der Kopf weg. Jetzt ist der Kopf weg. Jetzt hast du Schuld. Soll ich mal alles hier reinigen? So, Ding, Ding. Oh, ein Tintenfisch mit dem Endermann. So, so. Ne, das wollte ich behalten. Kannst du gerne wieder Zoll tun. Was denn? Nix, nix. Hier, ich schenke dir auch was anderes. Warte, da. Ui, danke. Ein paar geile Möhren hast du von mir gekriegt, Alter. Richtig geile Möhrchen. Richtig geile Möhrchen, ey, Schwester. Geh mal so ein Zeppling hier. Ich mag die, das von Spock. Spawn die eigentlich nach die Reptilien? Ne, ne, ne. Meine Ahnung, noch nicht ausprobiert. Äh, ich glaube ja. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja? Ja, Schnucki? Was kann ich noch? Nein, dein Gesicht geht mir auf den Sack. Hier, kannst du haben. Äh, Ui. Danke. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Du hast gesagt, dein Gesicht geht dir auf den Sack. Nee. Och. Weißt du, genau. Wenn du bei Tickets Construct jetzt, ähm, du hast doch mal so, wenn du den ersten Break gemacht hast oder so. Ja. Hast du ein Buch gekriegt, ne? Ja, Mighty Smelting war das meine ich, das schwarze da. Naja, kriegst du nicht mehr. Nein? Nein, du musst die Bücher jetzt herstellen. Oh. Ja, ich weiß, ich hab's auch nicht gemacht. Das heißt, ähm, Blankpattern und Papier. Du kannst doch einfach, du kannst doch einfach... Ist das das toll, was ich denke? Hammer nice. Und dann kriegst du ein neues Buch holen. Wow. Ja, aber dann ist das rote Buch hier weg. Äh, schau mal, da ist ein... Da ist ein Gast. Bam. Bam. Oh. Ester. Oh. Der Kopf ist weg. Oh, du brauchst du Obsidian. Hm? Brauchst du Obsidian. Das sieht ja echt geil aus. Ja. Ja, doch immer das Zeug. Kann dir welch abkommen, wenn du möchtest. Du kannst doch Obsidian abbauen. Aber die Obsidian bringen gute Leder. Ja, ich hab ne Dier-Axt. Ja, ich weiß schon, wie ich an die da komme. Ich hab mich ja schon so ein bisschen, ein paar Mal reingelesen, ne? Ah, du hast dich schon ein bisschen eingelesen. Wir haben schauen. Ich leg dir mal wieder Papier hier, ne? Ich hab dir gerade was verbrannt. Neuen Diamanten gekundet, nicht gesagt. Reicht das am Papier? Woh, 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 woh. Äh, ja. Ja, ne? Ich werde von einem tollwütigen Blub angegriffen. Von einem tollwütigen Blub, sagst du? Ja. Okay, da würde ich sagen, auf der Uhr gesehen, haben wir es auch schon echt lang genug aufgenommen. Ja, für die erste Aufnahme. Ja, ja. Dodge hat seinen Platz gefunden. Wir werden uns dann mal hier einen Waypoint setzen. Oder ich werde mir hier einen Waypoint setzen. Gut, danke, dass du da erinnert hast. Dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge bei mir. Auf jeden Fall wieder bei mir. Ne? Ich will jetzt auch noch zu dir latschen. Natürlich verlasse ich dich jetzt. Ach so. Hau doch ab, ey. Ja, mach ich auch, Alter. Verschwind doch. Will dich nicht mehr sehen. Ich wohne ganze, warte, wirst du mal kurz gucken, äh, 1500 Meter entfernt, also. Jetzt ist das Schramm mitlaufen. Genau, jetzt ist das Schramm. Alter, das sieht voll geil aus mit dem Meer hier, Alter. Was ist denn das hier unten? Sind das Algen? Ich setz mal, das ist von, ähm... Ja, das ist eine Algen-mäßig. What the fuck? Die zieh mich runter, Alter. Was? Wow. Tatsache? Komm, die haben wir runtergezogen. Alter, ich will dich ertrinken. Okay. Warte, warte, warte. Hier, kannst du mitnehmen. Wie fehlt noch ein String für den Rucksack? Pööö, dann werden wir ihm kein Geschenk an. Will ich gar nicht haben. So. Okay, wir danken euch fürs Zuschauen. Ähm, ich hoffe, ihr schattet beim nächsten Mal wieder ein. Entweder bei mir oder bei Dosh. Oder am besten bei beiden. Ja. Ja, auf jeden Fall beim Zigurin vorbeischauen und liken, liken, liken. Schau doch, nicht so hoch. Schauen wir bei Dosh vorbei und, äh, disliken, disliken, disliken. Ja, danke, ich dich auch. Okay, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und ihr wisst ja, unten in der Videobeschreibung ist der direkte IPE-Link. Wie gesagt, wie es installiert, gibt es auch ein Video drüber oder auch andere Videos. Da werde ich jetzt kein neues wieder zu machen, weil das hat sich von der Einstellung her nicht geändert. Wir danken euch fürs Zuschauen. Abonnieren ist gratis und schmeckt gut von meiner Seite aus. Das ist dein, das ist die Jurin und der Rest. Tschüss.